Und The Walking Dead anklicken, um vorzufahren. Machen wir mal. Wir fahren fort, so in die Nachbarstadt vielleicht. Oh Gott, war der schlecht. Oh, der war, der war... Ganz, ganz mieser Wortwitz. Hunger und Hilfe. Was? Evo, wer stirbt im Nether? Du stirbst im Nether. Ich hätte dir die Story nie erzählen sollen. Ich hätte dir die Story nie erzählen sollen. Black Butterfly Fichtenholzfackeln. Das sind lauter Insider, die jetzt die Leute auf YouTube nicht checken und die ich nicht erklären werde, weil das viel zu viel jetzt auszuholen bedeuten würde. Ich weiß auch, wer ich bin. In der Runde! Das ist eine gute Idee für mich. Du bist all bei dir selbst durch das? Ja, ich will meine Eltern nach Hause zurück. Und du? Du musst ein Blick auf die Front Door. Du bist unsere Begründung. Das ist Doug. Du hast es. Und ich bin Carly. Okay, Carly. Du kannst du mit Doug mit... Du hast es, Boss. Sonne von Bitch. One of them ist bitten. Wir reasonen mit ihm. Mit dem bloody enden von Axe Handel, vielleicht. Nobody threatens my boy. Oh, mein Gott. And I don't give a shit about what happens to you, but if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Amon, Anfrage vom Archivar der Hölle. Was? Diese Spielereihe passt sich den von dir getroffenen Entscheidungen an. Äh. Schauen wir mal. Anfrage vom Archivar der Hölle. Den Spruch wirst du nicht bereuen. Du bereust ihn jetzt schon. Dafür sorgen die Anwesenden schon. Ja, ich befürchte auch. Da hast du recht. Okay. Drei Monate später. Ich hätte eigentlich nur so einen französischen Spongebob-Akzent machen müssen. Drei Monate später. Drei Monate später. Ich würde es nehmen. Wir sind alle hungry. Keine Wurzeln. Als ich zu Karli für Karli Rationen die letzte Nacht trage, dachte ich, dass sie meine Hande ausziehen würde. Wir sind alle auf der Seite. Nur ein bisschen slack. Ja, du bist richtig. Ich wünschte, dass ich sicher wusste, wie viel Essen wir haben. Äh. Du wärst Lilly fragen müssen wir auch immer, Lilly ist. Du musst dich fragen, Lilly. Sie ist diejenige, die die Rationen zu handeln. Oder mishandling es, wenn du dich fragst, Kenny. Er hat nur Angst, dass sein Kind genug genug bekommen hat. Ich bin auch Angst, dass Clementine zu haben. Du denkst, Kenny hat noch mehr Glück, als wir hier sind? Ich hoffe, dass ich so. Ähm, ne, er hat eine Familie, das muss man auch so sehen, ne? Wir sind mal ein bisschen nett. Ich weiß nicht, Lilly. Ich weiß nicht, Lilly. Sie kann sich selbst beherrennen. Er braucht diese Energie, um ihn zu finden, um uns zu finden, etwas mehr Essen zu finden. Und ich weiß, Lilly, dass er sich stärker fühlt. Aber der Mann ist alle Muskel. Er ist ein Pile-Driber. Ich weiß, dass ich nicht in einer Ration mit ihm sein würde. Und er hat er nicht in den Kopf gemacht? Ich hätte aber echt gedacht, dass ein Hase schneller ist, als so ein blödes, ein blöder Zombie, ehrlich gesagt. Kann mir mal einer erklären, also ich hätte jetzt erstmal gern gesehen, wie wir zusammenkommen. Und ich weiß nicht, dass ich plötzlich mit einem fremden Typen durch die Pampa renne und jage. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Luft dazwischen. Oder die Story. Okay, von der Farbe her ist es nicht Kenny. Ich weiß, dass wir uns nicht mehr verletzen können. ich hätte vielleicht erst fragen sollen ob er gepissen wurde aber egal ok kumpel ich sag's nicht gern aber das bein nicht es tut mir leid es tut mir leid das tut weh das tut weh es tut schon von zukunft weh ja genau eine nahaufnahme seid ihr bescheuert verbinde ihn sonst verblutet er schreibt auch noch mal er hätte vielleicht besser aufpassen sollen wenn der die bei den special forces war amon schreibt vorhersage des archival der hölle zombies sind zwar nicht schnelle läufer aber so ausdauernde gear naja aber ein hase ist schon ein verdammt flinkes viech weil ich meine es war ein einzelner zombie episode 2 hunger und hilfe amon ob gebissen oder erst wann ja auch amon sagt es ne die frage die ich gestellt habe war falsch das gebissen ist eigentlich immer die primäre frage black butterfly essen gibt es jetzt wohl eine weile nicht für mich sorry sorry es tut mir leid gar nichts dafür wenn die so eine nahaufnahme draus machen auch noch mhm lärmtechnisch ist es keine gute idee gegen die tonnen zu treten aber wer bin ich schon was weiß ich denn schon schreit ab schluck Wir haben uns getrennt! Shit! What the hell are they doing? Come on, come on! Oh my god! What happened? Where's that? What's going on? Lee, are you okay? Get him into the truck. I'll see what I can do. Kat, can you fix him? Jesus, Ken! Lee! I don't know. Lee! What the hell? You can't just be bringing new people here. What are you thinking? Hey, you wanna calm down for a fucking minute? Hey, watch your mouth! No, I don't! I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. I thought we could save his life. I'm the one that took his leg. That makes me responsible. Well, that was a stupid thing to do. We are not responsible for every struggling survivor we come across. We have to focus on our group. Right here, right now. Well, hang on. We haven't even talked to these people yet. Maybe they can be helpful. Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? Um, no. Fine, you guys fight it out then. Welcome to the family, kid. Come over here and see what I drew. What? No, I... Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group. But we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on. You're being dramatic. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not gonna be a part of that. Hey, I didn't ask to lead this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around. But now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. It doesn't matter who's in charge. Those people are here now. I guess we just have to decide what happens next. No, Lee, it does matter. One person can't be in charge of everything. You know, it might feel safe for you to sit on the fence. But sooner or later, you're gonna have to decide whose side you're on. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? You think this is easy for me? Everyone's starting to hate me because I'm the one that rations the food. But nobody else wants to. You know what? I'm not doing it tonight. You do it. There's today's food rations. But there's not enough for everyone. Good luck. It's pretty like that one. Oh, that's a tough decision. Oh, that's a bad decision. That's a bad decision. Okay, Abon, Anfrage vom Archivar der Hölle. Die Klügsten sind die Kinder nicht. Das Kind lebt wohl eher ohne Freuden nun. Naja, das ist halt eine harte Zeit, ne, in der Zombie-Apokalypse. Klar. Okay, der Typ ist eher ohnmächtig, reden ist da nicht. Oh, verdammt, ich hab... Oh, kacke, das wird jetzt eine schwierige Entscheidung sein. Das Essen einzuteilen wird eine schwierige Entscheidung sein. Carly's been doing the bulk of the Lookout-Duty. Will you hold the damn board steady? I'm trying, I didn't realize I was getting this weak already. What do you want? A handout? Oh, I got 60 cents in my pocket. If you'll shut up and quit being such a pansy. Alter Kollege, Fresse halten. Hey, you holding up okay, Lee? I was pretty fucked up back there. Having to cut that guy's leg off. Yeah, I just hope Kajah can save him. Ich wüsste gerne erstmal, wer das ist. Wir werden mitten in die Story reingeschmissen, sind drei Monate später und haben diesen Typen hier plötzlich gerade an der Backe. Wer bist du? Okay, es ist scheinbar irgendeiner von der Air Force-Basis. Keine Ahnung. Okay, und Lilly ist sauer. Oh Junge, kannst du nicht einfach mal die Klappe halten? Ich guck erstmal durch, bevor ich entscheide, wie ich Essen gebe. Ich geb Mark die Axt. Hier, Mark, this should help. Thanks. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't think to give me the Axt? Come on, Larry. Cut Lee some slack. He knows you're just out to protect Lily. He told me so. Just like he's trying to protect Clementine. He... Oh. I just need some food. Go on this long without a proper meal. Make anybody cranky. Dann nenn dich doch Cranky Kong. Meine Güte. Äh, die beiden müssen sich vertragen und... Ja, das Thema Lily. Ich weiß, du willst nur ein guter Vater sein, aber ganz ehrlich, was du gerade bist, ist einfach nur ein riesen Arschloch. Du musst mit Lily sprechen, um sich mit Kenny zusammenzunehmen. Lily kann ihre eigenen Freunde machen. Es geht nicht um Freunde zu machen. Wir sind alle zusammen. Wir müssen beginnen, wie es zu tun. Ach, das will ich sehen. Sollen wir das Tor aufmachen? Wirst du rausgehen? Wirst du mal selbst versuchen, das Überleben da draußen? Ich bin ganz gespannt, wie lange du das gebacken kriegst, alter Mann. Die Tür ist offen. Du kannst gerne gehen. Ich sag's gerne noch einmal. Ich bin auf dem Fett. Sag mir nicht, was du tun, Lee.